Hi, ich bin Peter Knopp, der neueste Spieler von Brunswick. Ich habe mir gerade einen neuen Fanatic gebohrt. Die Perlschale treibt den Ball schön die Bahn hin und her und das Backend ist sehr krisp. Dadurch ist es eine Kugel die man sehr oft nehmen kann, gerade auf den Hausmustern oder wenn die jetzt schon mal nachgegeben haben, ohne große Überreaktionen zu erzeugen. Ich denke, dass man den Ball sehr oft einsetzen kann. Mit dem symmetrischen Eye-Blockkern und der Relativity VMAX Schale eignet sich dieser Ball besonders für Bahnen mit Medium bis Light Oil. Nicht nur technisch ist der Ball ein Hingucker, sondern auch das blaue Design des Fanatic ist optisch sehr gelungen. Nach den ersten Würfen und Spielen bin ich wirklich beeindruckt, wie ruhig und energiereich der Fanatic huckt und sich in den Pins entladen kann. Ein sehr schöner Ball, welcher für fast jeden Stil geeignet ist. Ihr wollt ihn, ihr kriegt ihn. Der neue Fanatic.